Das ESG-Dilemma der Unterhaltungsindustrie. Was sagen die Kritiker? Warum spotte ich unsympath darüber? Und was zur Hölle hat das alles mit Hollywood zu tun? We are forcing behavior. We are forcing behavior, that's crazy. Also wir zwingen quasi Leute dazu, sich zu verhalten auf eine gewisse Art und Weise. Verkauft sich Disney besonders LGBTQ-freundlich? Spielt es für ein hohes ESG-Ranking überhaupt gar keine Rolle, ob sie besonders LGBTQ-freundlich sind? Es geht nur darum, wie die sich verkaufen. Da werden lesbische Küsse aus Star Wars auch mal wieder für den chinesischen Markt rausgeschnitten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Urst, der Typ. Das Video heißt Das ESG-Dilemma der Unterhaltungsindustrie. Das ESG-Dilemma der Unterhaltungsindustrie. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Und zwar geht es um den sogenannten ESG-Score, den ich auch im letzten Wokie-Talk angedeutet habe. Es geht quasi darum, dass Unternehmen gewisse Agendas, sagt man Agendas? Ich glaube schon, Mehrzahl-Agenda, Agendas, dass Firmen gewisse Agendas unterstützen müssen, damit sie gut gerankt werden und Investoren in diese Firmen reininvestieren. Sowas wie LGBTQ, Black Lives Matter, was auch immer. Also diese ganzen Ukraine-Themen, bla bla bla, diese ganzen Wokie-Themen müssen von den Unternehmen gepusht werden, sonst werden sie nicht mehr hoch gerankt und haben dann weniger Investoren. Genauso muss auch mittlerweile ein Film, der für die Oscars nominiert werden soll, mindestens einen LGBTQ-Member oder irgendeine Minderheit mit drin haben, sonst kann dieser Film nicht nominiert werden. Das heißt, die Unternehmen und Hollywood und Direktoren und so, die werden quasi dazu gezwungen, diese Agendas mitzupushen, damit sie noch weiterhin gut gerankt werden und stattfinden können im Mainstream. Und das ist natürlich schon ein Dilemma. Und dazu gucken wir uns jetzt ein Video an. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen... Der Peter geht los, Digi. Und los. Quasi überall kostenfreie Geldautomaten, immer eine Filiale in der Nähe und das alles in einem Konto. Was brauchen Sie dafür? 16.000 Filialen, 130.000 Berater, 25... Okay, wir machen das mit den Fähnchen. Bro, ich kenne die Werbung noch von damals. Ich habe mich immer... Okay, wir machen das mit den Fähnchen. Bruder, eins in den Chat, wer die Werbung noch kennt von damals. Bro, mieses Intro. ESG. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, hat dieses Kürzel bereits von mir gehört. Und das nicht unbedingt in einem positiven, satirischen Kontext. Aber was ist dieses ESG? Wer ist er denn, Digga? Der fliegt sympathisch, ne? Was bringt es und was nicht? Was sagen die Kritiker? Warum spotte ich unsympath darüber? Und was zur Hölle hat das alles mit Hollywood zu tun? Und das und vieles mehr möchte ich heute mal ins Spotlight schubsen. Nö, sie legen, wa? Fühle ich. Und fernab der politischen Ideologen, die ESGs entweder maßlos verteufeln oder sämtliche valide Kritik daran als Verschwörung abtun, betrachten. Okay, zur Entwarnung. Das hier wird sicher kein trockener Börsenschnack. Dafür fehlt mir schlicht das BWL-Studium und die Kokainabhängigkeit. Was? Und so mal ehrlich, den meisten Menschen auch die Geduld. Nein, ich versuche das Thema heute... Bruder, ich hab den... Ich küsse deine Zähmeldrüse. Ich hab den Bruder jetzt schon gern, Digga, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Er gibt mir sehr gute Vibes, Bro. ...so aufzuarbeiten, dass es auch jeder erfassen kann. Logo für Quereinsteiger quasi. Und verweise in der Beschreibung auf sehr gute, weiterführende Videos zum Thema. Sprich, Urs, der Typ wird sicher kein Finanzkanal, aber da Geld faktisch die Welt regiert, darf man das Thema nun mal nicht ausklammern. Können wir das nicht austauschen durch Liebe? Können wir nicht wieder dahin kommen, dass die Liebe die Welt regiert? Weil Liebe regiert wirklich nicht Money, Bro. Wenn man beispielsweise für uns hier wichtig, die Unterhaltungsindustrie ganzheitlich betrachten möchte. Okay, wo fangen wir an? Am besten wir folgen erstmal dem Gestank des Geldes. Und der führt uns, wie sollte es auch anders sein, zu einem reichen, alten, weißen Mann namens Larry Fink. Black Rocky Vibes, Bro. Der ist Big Boss seines kleinen Familienunternehmens namens BlackRock. Und das... Kleines Familienunternehmen, ah jo. ...waltet ein Vermögen von sage und schreibe 10 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich, wäre BlackRock eine Volkswirtschaft, wäre diese gemessen am Reichtum die größte nach den USA und China. Ich will damit sagen, Fink hat Macht. Jede Menge Macht. Und diese nutzt er um Kontrolle. Ein gutes Konzept, dass er so tut, als ob er da einen Laptop reinklimpert und da ein Voice-Over drüber packt, so ne? Ist irgendwie lustig, ja? Auszuüben. Übrigens bereits diese Aussage reicht einigen jetzt aus, um mir Schwurbel zu unterstellen. Und es sind meist die gleichen, die eine krankhafte Verachtung vor weißen, reichen, alten Männern haben. Diese Wokies, Digga, dieser eine, der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Ders oder Dara, Daras, Dara. Von dem redet der gerade. Lustig, oder? Na egal. Fakt ist, Fink macht aus seiner Macht ja überhaupt gar kein Geheimnis. Warum sollte er auch? Es geht ihm nicht um Wählerstimmen. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Es liegt schlicht in der Natur der Vermögensverwaltung, Einfluss zu nehmen und zu gewinnen. Fink nennt diese Einflussnahme im Zusammenhang mit dem ESG-Score übrigens Transparent Forced Behavior. Transparent Forced Behavior, Digga. We are forcing behavior. We are forcing behavior, that's crazy. Also wir zwingen quasi Leute dazu, sich zu verhalten auf eine gewisse Art und Weise. So, und das sind halt die Investoren, die dann die Unternehmen dazu zwingen, gewisse Sachen zu pushen. Sonst kriegst du halt von BlackRock etc. pp. kein Money mehr, Digga. Und das sind halt die größten Vermögensverwalter der ganzen Welt. So, wenn es eine Volkswirtschaft wäre, dann wäre sie nach China und USA die größte. Das musst du dir mal reinziehen. Wer bist du aber, dass du vorgibst, welche Verhaltensweisen gepusht werden, so weißt du? Wer ist er, dass er anderen Leute... Jetzt warte mal, Urst, was höre ich da raus? Der ESG-Score zwingt Unternehmen dazu, diverser zu besetzen, nachhaltiger zu wirtschaften? Das ist doch was Gutes, oder? Shut up and take my ETF-Investment. Nun, im Grunde ist dem so. Aber in der Realität zwingt der Score, zu dem kommen wir gleich, Unternehmen leider oft bloß dazu, so zu tun, als ob sie nachhaltig handeln. Hinzu kommen steigende Kosten bei geringerer Konkurrenzfähigkeit. Wenn man es ernst meint mit der ganzen Sache, aber anderes Thema. Und bevor wir dazu kommen, benötigt es ohnehin erstmal einen kurzen Blick in die Geschichte. Wann wurde Enkelfähigkeit, ein wundervolles Wort, wie ich finde, zu einem Geschäftsmodell? Und was bedeutet ESG eigentlich? Nun, historisch betrachtet gibt es mehrere Ereignisse, die letztlich dazu führten, dass Gesetze entstanden sind, die Unternehmen schlicht zur Nachhaltigkeit ermutigen. Ja, das kann auch Vorteile haben, Digga. Ist so. Da wäre der Clean Air and Water Act in den 60ern und 70ern. Also Umweltschutz und so bin ich auch dabei, ne? Bin ich da. ...jahren in den USA. Die Global Compact Initiative der United Nations 1999 und letztlich der Bericht Who Cares Wins 2004, in dem ESG erstmals benannt wird. Während die PRI, Principles for Responsible Investment Initiative, zeitgleich erstmals ESG-Kriterien formulierte. Diese Initiative hat im Übrigen mittlerweile 3.750 Unterzeichner, darunter NOGs, Non-Governmental Organizations, wie die WWF oder Ärzte ohne Grenzen und so weiter. NGOs meint der nicht NOGs, der ist der nicht. Und verwaltet ein Vermögen von 120 Billionen US-Dollar. Um das mal greifbar zu machen, das ist scheiße viel Geld. Sei es drum. Richtig für uns. Um das mal greifbar zu machen, das ist scheiße viel Geld. Das ist ohnehin erstmal... Das ist so trockener Bruder, mega fühle ich. ...mur die heilige Dreifaltigkeit. Environmental, Social and Governance, kurz ESG. Unter diesen drei Punkten zu Deutsch Umwelt, Soziales Unternehmensführung, finden wir nun weitere Subkategorien, die beschreiben, wie enkelfähig ein Unternehmen arbeiten sollte. Wie viel CO2 wird ausgestoßen? Wie gut sind die Arbeitsbedingungen? Wie hoch der Anteil von Frauen, Behinderten und diversen Ethnien im Unternehmen und so weiter und so fort. Wir sehen, hinter der Abkürzung ESG verbirgt sich ein Gedanke, dem ich persönlich im Kern durchaus lobenswert und hundertprozentig wichtig finde. Schon, ja. Stimme ich ihm zu. Dennoch scheint ein hoher ESG-Score letztlich nicht viel mehr wert zu sein, als das Bio-Siegel auf einer Verpackung Nürnberger Würstchen, die im Vergleich dennoch dieselben Inhaltsstoffe hat, wie die Gut und Güntigen. Wo es halt schon wieder ein bisschen kritischer wird für mich persönlich ist, wenn die Leute, die das einen aufzwingen, selber einen Fick darauf geben, so. Weißt du? Also die sagen hier, CO2 und Umwelt und dies, das, blablabla, fliegen jeden Tag mit Privatjet von A nach B. So, dann macht das für mich mehr oder weniger keinen Sinn mehr, so. Du zwingst mir das auf, aber lebst selber nicht. Danach ist Doppelmoral. ...variante. Wird der ESG-Stempel also gar nicht an messbare Werte gebunden? Ich meine, hey, anders lässt sich der Umstand auch nicht erklären, dass Unternehmen wie McDonald's oder Disney, deren Produkte nachweislich Menschen krank machen und oder deren Arbeitsbedingungen an Sklavereigrenzen überhaupt für ein Ranking in Frage kommen. Wo ist der Knackpunkt? Zwang ist immer negativ. Ja, also... Was heißt immer negativ? Ich finde es ja nicht verkehrt, zum Beispiel jetzt, wenn wir auf das Umweltthema gehen, so, ne, wenn Unternehmen, gerade die großen Unternehmen, die halt sehr viel dafür sorgen, was ich auch in dem Talk gesagt habe, mit diesem, zum Beispiel Chemieunternehmen, die einfach irgendwelche Sachen ins Meer leiten oder irgendwelche Entwicklungsländer, die Klamotten produzieren und dann da Farbstoffe und Chemikalien ins Meer ableiten und so ein Shit. Also die dazu zu zwingen, das nicht mehr zu tun, ist jetzt nicht negativ für mich persönlich, weißt du? So. Also da muss man schon ein bisschen differenziert an die Sache rangehen, so, finde ich. Weißt du? Ist nicht so... Kannst du nicht... So stumpf ausdrücken und sagen, ist immer negativ. Nun, zurück zu BlackRock, dem größten Finanzverwalter der Welt, der seine Gnade nur mit dir teilt, wenn du dich auch richtig verhältst. Und hin zur alles entscheidenden Frage. Wer bewertet überhaupt dein Verhalten? Gute Frage, Urst. Also zum einen betreibt BlackRock den CO2... Aladin, ne? ...bei Ablasshandel natürlich höchst selbst. Aber in der Regel übernehmen unabhängige Rating-Agencies wie MSCI, ISS oder Sustain Analytics die Prüfung der Unternehmen. Und hier beginnen plötzlich all unsere guten Vorsitzende und dein nachhaltiges ETF-Investment damit hart reinzuscheißen. Und nein, ich möchte hier nicht über BlackRock's ETFs renten. Jeder sollte darin investieren, keine Frage. Jedoch kann es sein, dass dein nachhaltiges Aktienpaket mit hohem ESG-Score dennoch Firmen wie Total- oder Rüstungskonzerne gelistet hat. Sprich Unternehmen, die mit ihrem fossilen Brennstoff-Business maßgeblich an der Zerstörung des Planeten mitarbeiten oder eben Waffen bauen. Von Nachhaltigkeit kann man hier nicht mal mehr mit naiven Wohlwollen sprechen. Obwohl, siebes parzim Parabellum, wenn du Frieden willst, rüste dich für den Krieg. Die Rüstung argumentiert, Waffen, die der Verteidigung des Friedens dienen, sichern dadurch überhaupt erst den Rahmen, in dem nachhaltiges Wirtschaften möglich ist. Wow, Digga, wie die sich das zusammenbasteln. Heftig. Crazy, ne? Der Scheiß funktioniert. Bei dieser Gehirnakrobatik braucht man sich auch nicht wundern, wenn die NATO-Farbe seit Beginn des Ukraine-Krieges plötzlich von blau auf bunt gewechselt hat. Passt doch, oder? Pride, diese LGBTQ-Flagge, die so für Miteinander, Liebe und Toleranz steht, dass das quasi jetzt so die Farben von einem Verteidigungsbündnis ist, was Menschen tötet. Weißt du, wie ich meine? Passt perfekt zusammen, so wie die Faust aufs Auge. Weil die sorgen ja dafür, dass überhaupt... Ja, er macht voll Sinn gerade bei mir im Kopf. Ja, geschenkt. Wie kommt Total oder Rheinmetall also in dieses Ranking? Nun, ganz einfach, erinnert euch an den Anfang des Videos. Sie machen das mit den Fähnchen. Okay, um endlich mal konkret zu werden. Wie kommt man rein in dieses Ranking? Wir haben am Anfang gesagt, Sie machen das mit den Fähnchen. Es gibt schlicht keine einheitlichen Bewertungssysteme für die Rating-Agencies. Daten werden gemessen, ohne wirklich Messwerte zu haben. Es gibt keinerlei Gewichtung. Sprich, ob man in einem Unternehmen gendert und oder angemessen hohe Löhne bezahlt beziehungsweise für die richtige Work-Life-Balance sorgt, hat denselben Impact auf die Einstufung. Wobei selbst der größte Gender-Bafürworter sicherlich zustimmen würde, wenn ich sage, dass gutes Geld für gute Arbeit erstmal wesentlicher sein sollte als Pronomen. Oh, da lädst du dich aber jetzt ein bisschen aus dem Fenster, Digga. Das wirkt mir schon leicht rechts, ne? Auch mit der Glatze und so, also... Könnte ein Nazi sein, wa? Die Agenturen schätzen ihre... Kappa. ...Daten lediglich, rechnen sie dann hoch. Andere benutzen ne KI zur Erhebung. Kurz, es herrscht ein uneinheitliches, evidenzbefreites, völlig willkürliches Bewertungsdurcheinander. Zweckentfremdung. Firmen wie Tesla, die E-Autos herstellen und personeller Diverser nicht besetzt sein können, man mag von Maske halten, was man will, bekommen beschissene Einstufungen, weil beschissenes Image, weil, was weiß ich, Twitter gekauft. Unternehmen, die Bohrinseln im Mittelmeer bauen, bekommen gute. Manche Unternehmen ändern überhaupt nichts an ihrer Strategie, steigen aber über Nacht im Rating, weil sich grundlos irgendwelche Kriterien ändern und so weiter und so fort. Das ist doch auch alles nur Heuchelei wahrscheinlich, ja. Ja, das klingt alles wie ein bescheuerter Korruptionsfiebertraum. Das ist einfach ein Score, der... Das ist doch krass, dass ein privates Unternehmen überhaupt das so alles beeinflussen kann. Da merkst du ja schon, wie viel Einfluss die auch auf die Menschheit haben im Endeffekt. Und dass die Leute, die wirklich entscheiden, in welche Richtung die Welt geht, nicht die Politiker sind, die uns präsentiert werden, diese komischen Marionetten da, sondern diese Leute wie Larry Fink zum Beispiel, die da irgendeinen ESG-Score haben und damit die Unternehmen scoren und denen dann... Und dann dafür sorgen, die entscheiden quasi, welches Unternehmen wie viel Geld bekommt, wer gepusht wird, wer unten gehalten wird. Die können das richtig orchestrieren und da geht's gar nicht drum, wer welche Agendas. Da geht's einfach nur darum, okay, folgt ihr dem, was unser Plan ist? Ja oder nein? Je nachdem werdet ihr gescored. Genau so wie auch bei Influencern oder so, weißt du, wie ich meine? Bist du auf Linie, sagst du das, was wir wollen von dir? Oder bist du ein freidenkender, selbstdenkender Typ, der auch eine eigene Meinung hat? Da kriegst du halt keine Sponsoren. Fertig aus. ... ist aber leider sehr belegt und real. Zumindest laut Bloomberg und die halte ich für zitierbar. Wie gesagt, Links sind in der Beschreibung und wirklich hochinteressant. Und nun ja, weil Nachhaltigkeit so unfassbar schlecht zu belegen scheint, reicht es Risikobewertern oft einfach aus dem Marketing, dem Versprechen... Rechte Esoterik. Das, was ich gerade gesagt habe, oder was? Geil. ... von Nachhaltigkeit zu glauben. Kurz, verkauft sich Disney besonders LGBTQ-freundlich? Spielt es für ein hohes ESG-Ranking überhaupt gar keine Rolle, ob sie besonders LGBTQ-freundlich sind? Es geht nur darum, wie die sich verkaufen. Da werden lesbische Küsse aus Star Wars auch mal wieder für den chinesischen Markt rausgeschnitten. ... ... lesbische Küsse aus Star Wars, Digga, was? Echt? Und die sind durch China rausgeschnitten, oder was? ... oder schwule Figuren gänzlich aus der Werbekampagne entfernt, wie bei... ... Jungle Cruise, der Fall, wenn... ... was, Digga... ... ums Geld geht, hat es sich mit dem Aktivismus halt schneller geschissen. Schwule Din-Man, Alter. Gib mir die Schwuli-Vibes, Bro. Und los! ... als man Regenbogen sagen kann. Um Inhalte und Überzeugung geht es hier schlicht nicht. Nicht mal mehr der Zweck, heiligt noch die Mittel. Ein anderes Beispiel für Symbolpolitik in der Unterhaltungsindustrie lieferte Anfang des Jahres übrigens der Sweet Baby Ink-Skandal. Die Consulting Company bietet narrative Beratung in Sachen DEI, Diversity, Equality and Inclusion, Unterpunkte der ESG-Kategorie... ... Diversity, Equality and Inclusion... ... Social and Governance an. Soweit, so gut, so vollkommen unspektakulär, bis man sich zwei elementare Fragen stellt. Erstens, warum können hochbezahlte und talentierte Schreiber für Alan Wake 2, Assassin's Creed Valhalla und Suicide Squad Kill the Justice League nicht selber DEI-sensible Geschichten schreiben? Und zweitens, was genau hat Sweet Baby dem kreativen Inhalt der Produkte wirklich hinzugefügt? Wurden Dialoge für Hypersensible mit Hilfe von psychologischen Erkenntnissen verändert oder einfach nur eine digitale nordische Göttin in Photoshop schwarz gemalt? Nun, herausfinden werden wir das wohl nie. Allerdings ist Fakt, dass allein das Hinzuziehen einer Consulting Company den ESG-Score eines Unternehmens positiv beeinflussen kann. Es geht also überhaupt nicht um konkrete narrative Einflussnahme durch Sweet Baby Inc., sondern lediglich darum, ihr Mitwirken im Quartalsbericht erwähnen zu können. Musst du tun einfach. Musst du aussehen, als ob. Jo, und damit hast du natürlich auch sehr viel bewegt, ne? Wie wichtig Unternehmen eine Wertsteigerung durch das Anbietern an solche Fonds durch das Nachhaltigkeitslabel ist, zeigt im Übrigen auch das Beispiel Budweiser. Das ist jetzt heftig hier, Digga, wo die den Jungs-Innentyp da oder was auch immer das ist, da eingebaut haben und damit quasi das Unternehmen gegen die Wand gefahren haben, bro. Hier entschied man sich, direkt auf Konfrontationskurs mit der eigenen dickbäuchigen, konservativen, versoffenen Zielgruppe zu gehen. Das ist so krass, Digga, dass sie den Typen da für Budweiser Werbung benutzen. Das ist so heftig. Da merkst du, wie das einfach keinen Sinn macht, jo? Indem man das Produkt Bud Light von einer Transfrau bewerben ließ. Ja, nee, ist klar, Bruder. Ja, ich weiß, dir ist klar. Schreien hier den Mann, Alter. Und mal abgesehen davon, wie unfassbar bescheuert ich die Aufregung um die Lady höchst selbst finde, ist es doch bezeichnend, dass eine Firma, die ihre Zielgruppe ganz genau analysiert haben... Hat der die Lady genannt? Ist doch ein Junge, oder nicht? Und mal abgesehen davon, wie unfassbar bescheuert ich die Aufregung um die Lady höchst selbst finde... Da macht er sich jetzt gerade wieder ein bisschen unsympathisch, hier der Cousin. Ist es doch bezeichnend, dass eine Firma... JungsInnen, oder so. ...die ihre Zielgruppe ganz genau analysiert haben dürfte, dennoch die eigenen Reputationen sehenden Auges für die Blackrock-begünstigte Kohle gegen die Wand fährt. Ich schwör's dir, Bro. So risikobereit ist man in der Wirtschaft doch eigentlich nur, wenn der Geldsegen garantiert scheint. Für Budweiser ging der Schuss leider komplett nach hinten los. Auch die Disney-Axie ist nun spätestens nach Star Vogue Ecolite im Keller. Ubisoft befindet sich nach dem Assassin's Creed Shadow Trailer im... Bruder, die machen sich einfach selbst kaputt mit dieser ganzen Scheiße, so, ne? Nur um einen besseren Score zu bekommen. Aber das ist dem vielleicht einfach komplett scheißegal, oder was? Also einfach, ich will die Kohle von Blackrock haben, so... Ob das Unternehmen noch fruchtet die nächsten 100 Jahre, ist mir eigentlich egal, oder was geht ab, Bro? ...Inkflug und Rocksteady, die 200 Millionen in Suicide Squad gesteckt haben, kämpfen... ...oder sollen die bewusst kaputt gemacht werden, die Unternehmen, I don't know. Nach dem kolossalen Flop des Games, ums Überleben. Nicht falsch verstehen, das Spiel scheiterte nicht an Sweet Baby Inc. Klar, die waren sicherlich nicht billig dafür, dass man ihren Einfluss nicht mal messen kann. Nein, Suicide Squad scheitert schlicht daran, dass es Kacke ist. Ich feiere das wieder so, wie der Batsche sagt, einfach so straight sagt. Die Teilhabe an der Entwicklung zeigt, dass Publisher den Fokus fürs Wesentliche völlig verloren haben. Denn derzeit... Der geht doch ins Gym, der Junste, ne? Überteuerte, aufgeblasene, desolate Zustand der westlichen Unterhaltungsindustrie beweist, man kann den Kunden letztlich dann doch nicht aus der Gleichung streichen und durchs Pandering ans Easy Blackrock Money ersetzen. Selbst Investoren haben das längst erkannt. Krasse Broker, wie ich es selbst bin, die... ...seht den ESG-Score längst nicht mehr als verlogenes, aber gewinnbringendes Bio-Siegel, sondern als Warnhinweis. Aber bleiben wir fair. Unterstellen wir Fink mal ganz blauäugig, gute Absicht ist das Konzept. Ja immer noch kein schlechtes. Wer ernsthaft nachhaltig arbeiten will, benötigt schlicht Zuschüsse aus solchen Fonds, um am rücksichtslosen Markt nicht abgehängt zu werden. Enkelfähigkeit ist kostspielig. Also sollte doch viel mehr daran gearbeitet werden, verbindlichere, einheitlichere Bewertungsschablo zu schaffen, statt die Idee selbst maßlos zu verteufeln. Und da... Weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendwelche Werbe... Ob es so eine Schablon geben sollte... ...oder ne komischen Bewertungen, ich weiß es doch auch nicht, Bro. Ich sag dir ehrlich, also... Für mich würde alles aufgelöst werden, wenn wir einfach menschlicher und lieber werden würden auf allen Ebenen, überall. Egal ob es Unternehmer sind, das normale Volk, Politiker. Da haben wir schon einiges getan. So komische Bewertungssysteme da überhaupt helfen, keine Ahnung. Weil am Ende wird es dann eh so kommen, wie es jetzt auch gerade hier läuft, dass die Leute dann nur so tun als ob. Muss ja schon ehrlich sein. Weißt du, muss ja aus einer gewissen Ehrlichkeit... Muss ja schon aufrichtig sein, wenn man sich für solche Sachen einsetzt oder da unterstützt. Weißt du, da gebe ich Deus am Ende des Tages dann doch wieder recht. So dieses Zwingen bringt mir was. ...durch dem Parasitentum, durch Hollywood oder der Gaming-Industrie ein schnelles Ende zu setzen. Offensichtlich auch zu deren eigenen Wohl. Firmen wie Sweet Baby Inc. dürften, nein müssten überhaupt nicht existieren. Nicht, weil ich was gegen ihr Geschäftsmodell hätte. Nein, selbst ihre fragwürdigen Mafia-Methoden gehen mir komplett am Arsch vorbei. Fette Gaming-Publisher mit Cancel-Culture-Erpressen ist ja auch fast schon ein Kavaliersdelikt. Aber in einer Welt, in der DEI wirklich gelebt wird, benötigt es keine externe Supervision, kein Creative Consulting, um DEI öffentlich zu heucheln. Weniger Studioschließungen, weniger Crunch, weniger Massenentlassungen, höhere Löhne, diversere Belegschaft, Kranken- und Sozialversicherungen, Kündigungsschutz und so weiter. Das sollte den ESG-Score einer Firma in puncto Social and Governance through the rooftop pushen. Nicht das Endprodukt und dessen PR-Kampagne, sondern die Umstände seiner Produktion. Wir machen das mit dem Fehnchen, Digga. ...sollten im Fokus der Bewertung stehen. Und ganz ehrlich, von Micro bis Ubisoft gehört die gesamte Gaming-Branche in diesen Punkten schlicht brutal abgestraft. Doch hey, genau das scheint ja ohnehin gerade zu geschehen. Denn das Schöne am Kapitalismus ist, dass er in beide Richtungen funktioniert. Kein Unternehmer kommt in deine Wohnung, setzt dir eine Knarre auf die Brust und zwingt dich dazu, sein Produkt zu kaufen. Und blicke ich in leere Kinoseele oder auf die Verkaufszahlen der Quadruppel-A-Games dieser Tage, hat der Endverbraucher längst deutlich gemacht, und dass die Unterhaltungsindustrie am Kunden vorbeiproduziert. Die Jagd nach einem hohen ESG-Ranking hat daran natürlich nur eine Teilschuld. Also gewichtet dieses Video richtig. Es ist nun mal Thema des Beitrags, macht es besser als die Agencies. Warum zum Beispiel das Kino abseits der Märkte noch so stirbt, das fassen Mike und Jay in einem verlinkten Red Letter Media Beitrag zusätzlich... Alright, Freunde, ich glaube, das Thema ist durch, glaube ich, oder? ...zusätzlich sehr gut zusammen. Und was noch so im Gaming schiefläuft, das würde hier den Rahmen springen. Von daher mache ich mal einen Break und komme zum Fazit. ESG ist nicht der Satan. Doch wie ESG-Rankings funktionieren, ist durchaus scharf zu kritisieren. Insider machen das übrigens seit Jahren, aber ganz ehrlich, wer liest schon den Wirtschaftsteil? Egal. Fakt ist, wir haben eigentlich hier einen Hattrick. Das Tool ist da, der politische Wille ist da und das Geld ist da. Also seht doch zu, dass dieses Geld in die Hände der Richtigen aus den richtigen Gründen kommt. Das wird nicht passieren, mein Jutsch. Der Bruder braucht ein bisschen Arluhut-Vibes, glaube ich, ja? Also führt diese Debatte hier. Übt Kritik am Rating-System und bitte ganz wichtig, lasst euch... Müssen wir mal einen Talk mit dem machen, dann können wir ihn ein bisschen hinter die Kulissen noch holen, so weißt du? ...das Thema nicht von ideologischem Fallobst verwässert. Leute, die ESGs in den Himmel loben oder in die Hölle verwandeln wollen, machen das in der Regel nicht, um euch aufzuklären, sondern aus narzisstischer Gefallsucht oder Profitgier. Oder weil sie den Klimawandel für Fake News halten. Zwischen Hetze und Heuchelei, da sie begriffen haben, dass sich Konflikt auf Social Media eben bestens verkaufen lässt. Facts. Und wisst ihr, wer sich dann am Ende wieder die Hände reift? Richtig, der alte, reiche Mann namens Larry Fink. So. Und das unabhängig davon, ob mein Video jetzt wieder missbraucht wird, um dein rechtes oder linkes Narrativ im Kulturkampf zu untermauern. Er ist irgendwie halbwach, habe ich das Gefühl. Viele, Bro, viele befinden sich auf dem Weg in die richtige Richtung. Hauptsache, wir gehen in die richtige Richtung, weißt du, wie ich meine? Dann passt doch alles. Wenn du also mal wieder zerstören oder verdrehen willst, was ich hier sage, dann überleg dir gut, für wen du hier die Kugel fängst. Ich küsse dein Herz, Digga. Sehr, sehr sympathischer Dude, der Urst. Urst denn, man, Alter? Gib mir die Ursti-Vibes, Bro. Was macht der sonst so für ein Content? Hier, Thumbnail im Gym, Digga. Äh, Ding. Titelbild im Gym, fühle ich. Macht der auch Gym-Content? Ne, wa? Der macht so viel, glaube ich, mit Filme und Gaming und so ein Shit. Nice. Geht mal rüber, Freunde. Supportet ihn auf jeden Fall. Originalvideo unten in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. War noch eine gute, gut aufgearbeitet. Ich finde dieses ESG-Score-Ding auf jeden Fall interessant. Haben wir uns mal reingezogen. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Mua. Mua. Mua.